Das ist das Totschlag-Argument der Gegner von Nahrungsergänzungen. Und sie haben zum großen Teil recht. Nahrungsergänzungspräparate sind oft unterdosiert, überdosiert oder sind sinnlose Multipräparate. Aber wissen die Kritiker auch, dass mehr als die Hälfte der Deutschen Vitamin-D-Mangel sind, dass Mitteleuropa ein Selen-Mangelgebiet ist und dass evidenzbasiert Herztod mit Omega-3 in vielen Fällen vermieden werden kann. Ich bin ein Gegner unkontrollierter Nahrungsergänzungen. Aber ich bin ein großer Anhänger einer subtilen, ortomoleklaren Therapie. Der Therapie mit den richtigen Nährstoffen, in den richtigen Blonisierungen, bei den richtigen Erkrankungen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, dann gehen Sie bitte auf die Kommentare und klicken Sie die Links an.